Lady schreibt, heute war ich mit einer Freundin in der Stadt und plötzlich wurde meine Freundin von irgendeinem als fette Sau beleidigt. Wow! Lady, tust du mir den Gefallen? Schickst du dieses Video einmal kurz deiner Freundin? Dankeschön! Hallo, ich bin Jana. Hi! Es tut mir leid, was dir passiert ist und es tut mir doch viel mehr leid für diese Person. Wie dumm und traurig kann ein Leben sein? Erstens, du bist nicht auf der Welt, um auf irgendwelche Kommentare zu reagieren, um irgendein Problem, was irgendjemand anders aus welchem Grund auch immer mit dir hat, zu deinem zu machen. Sein Problem soll er es behalten. Fang bitte nicht an, dich in Frage zu stellen. Fang nicht an, vom Spiegel zu stehen, den Bauch einzuziehen oder fang nicht an, deine Klamotten danach auszusuchen, was andere vielleicht dazu sagen könnten. Es ist nicht sein Business, was du trägst und es ist nicht sein Business, welche Figur du hast. Deine Figur, wenn du dich wohlfühlst, ist wunderschön.